ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin direkt los hier Oh nein hinter mir Hinter mir bei A NoobTuber Links, links, du hast gesehen oder? Ich bin mit Christian und Unknown Soldier 3 in einem Team Oh nein Tschö man, tschö man Lass mich Lass mich Wie er schreit Er hat nachgeladen Nein Scheiße Nein Scheiße Sehr gut Dalu Nice Dalu Nice Rechts, rechts, rechts Echt? Alter Im Rennanvisieren gab's ja auch noch nicht Ich bin mit der Auge aufgegangen Ich hätt dich gemacht, wenn ich jetzt nicht mal in meinen Abwehrgeschütz gezogen hätte Ja, hätte, würde, könnte, haste nicht Ja, das Flugabwehrgeschütz hab ich halt auch drauf gehabt Ja Das sah ganz schön doll aus, wie du in der Ecke saß und dann auf einmal den Raketen ausfohlen Ich hab heute vor der Aufnahme mal geguckt Wir haben kein Video zu Black Ops 1 auf unserem Channel bisher Echt jetzt? Was? Und äh, das ist das Spiel, was wir nach Modern Warfare 2, also das Call of Duty, was wir nach Modern Warfare 2 am meisten privat gespielt haben Okay, ich wurde abgeschossen, der ist im ersten Stock bei A Aber ne, das war vor unserer Youtube-Zeit, als wir Black Ops gespielt haben Äh, es gibt, es gibt halt, ich glaub vier oder so Videos zu Black Ops auf dem Channel, das sind aber keine Plays von uns Sondern das sind so, äh, coole Tomahawk-Würfe von mir Big Scope incoming Ja, sehr gut Schade Das war gut Und es sieht auf Tisch, genauso aus, wie ihr habt alle gefehlt Ja, hier war auch einer, dass wir wegen Art Fire und haben auch geguckt Was war denn hier warum? Ich hab mich auch mal gewundert, weißt du? So, okay, ist klar, dein Eck, ich hab's gesichert Äh, ja Oh shit, Vorsicht! Ich hab Kuh gedrückt Ich hab Kuh gedrückt Ja, ich werf die mit Kuh Äh, bei B ist schon einer drin Wie Püff, Püff Was hat schon Boll? Ist die Fotze Kann's natürlich schon wieder sonst wo sein J, sitzt hier irgendwo in der Ecke Ist doch ganz normal Was? Die Bombe wurde platziert War alles gepennt gefunden? Hat Moby Sachs Ich der Letzte? Oh hi! Oh scheiße Ja, war's aber schnell Ja, ganz schön schnell Fuck Was hier noch super cool war, dass man so eigene Embleme entwerfen konnte, ne? Guck mal, SAS Junge Guck mal, SAS Junge Da hast du dir aber auch Mühe gegeben, Sepp, ey Ja, wir waren damals in SAS Clan, ey Studenten am Shooten haben wir uns damals genannt, SAS Ja, aber auch in der ESL Ne, da waren wir die Sprengstelle Ne, 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 ne Ja, aber wir haben nie Black Ops in der ESL gespielt Ne, das stimmt Ne, das stimmt Alter Ja, ich wollte Granate daneben geworfen Wieso kam der von hinten? Ein schneller Boy Da, wo steht der da oben? Alter, wie schnell die Mathe tot sind Ne, das ist so krass ja, das stimmt Weißt du, schießt so PK, tot Ja, wenn man sich mal in einer Endkamera sehen würde, dann würde man das sehen können, Pedier Das scheint ja erstmal ein bisschenft Los geht's Ist das Asica, oder? Das ist das Auto. Ja, das Assi-Car ist das. Das ist das Auto, was sich Platz festivieren lässt. Oh nein, das hat ne begrenzte Zeit. Fährst du immer noch damit durch die Gegend? Achso. Derby stehst schon hinter dir, ne? Da ist man zu vorne deiner Ecke. Verdammt, Alter, wirst du einem Mitarbeiter gefahren, hätte ich wieder gekillt. Nein, ich dachte, du hättest mich nicht gesehen da, du Bitch! Ich hab ne Waffe! Warum wechselst du hier aber die Klasse? Ich hab keine Klasse! Nein! Er hat die Bombe verloren, Christian. Bob, nein! Dalu hat hier vorhin noch erzählt, dass der richtig gut in dem Spiel war. Auf Konsole haben wir es gespielt. Ja, direkt auf Konsole gespielt. Black Ops 1 und 2 war unsere Konsolenzeit. Lecherlich. Verwirrt warst du doch. Das glaub ich dir nicht, Dalu. Doch! Da haben wir sieben Fernseher und sieben Konsolen zusammengetragen und haben dann in zwei Räumen gezockt zusammen. Das war noch cool. In der Mitte ist einer. Hast du da noch in Ungarn, Jay, als Black Ops bei uns relevant war? Kann sein. Also, ich weiß nicht, dass MW2 da sehr aktiv war. Ganz hinten drin oben ist einer. MW2 war auf jeden Fall safe. Danach kam Black Ops, ne? Ja. Ja. Das ist echt ne gute Frage, was dann so wichtig war. Basta! Oh, Jay! Ich hab zuerst... Ne, Bram war es. Und du hast dich zuerst gemessert. Relevant war. Was ist er denn? Wollte macht das. Ja, du Arsch! Wir haben ein Messerbord, B drin, B unteren. Du bist der Letzte. Der hat dich nicht gesehen. Oh! Nein! Oh mein Gott, ich hab dich nicht gehört. Ja, wie soll man denn einen auch hören? Die haben doch... Ich hab keinen im Blick. Was ist das so cool, ey? Der hat die Waffe gewechselt. Ich hab die Waffe gewechselt. Nein, er auch. Hast du grad gesehen? In sogar einem Recap. Ja, stimmt. Ich hab die Waffe gewechselt. Das hört man. Ja, er hat einen Schein gewechselt. Ja, er hat einen Schein gewechselt. In aller Weise hat Dalu bei TTT über fünf Kilometer Ich hab welches Item verstanden. Des Weiteren, warum werd ich angemeckert? Ich hab die meisten Teams bei uns im Team. Ja. Und meckert die Waffe. Meckert dich doch keiner mehr an. So richtig krass. Man macht hier ja noch so geile Sprünge, wenn man quasi... Ja, der Hechtabbrunnen. Ist halt auch cool, der Hechtabbrunnen. Einer in der Mitte. Heiße, Alter. Was ist der denn hin? Einer ist noch ganz hinten da drin gewesen. Was? What the fuck? Dalu ist auch so ein Hinleger, ey. Aus Versehen, ich versuch mich noch zu ducken. So hinlegen ist doch gut. Oben in dem Raum, oben in dem Haus drin. Kommt jetzt die Treppe wieder runter. Jawohl! Was ist die Scheiße? Da war die Treppe, Alter. Keine Ahnung, wo die ist. Da wird nicht mal mit einem perfekten Call gearbeitet. Der hasse halt auch. Ich wusste nicht, wo die Treppe hier ist. Ich hab da rechts und links eine Treppe. Aber ich kann sich an die 160 Stunden nicht mehr so gut erinnern. Nee. Na echt? Ja. Die Mehrfach haben wir auf jeden Fall auch Mehrfach gespielt, weil ich finde immer gut. Wir haben die Bomben. Das ist ja auch schon... Ja, das ist schon danach erst. Ja, drauf geschissen soll er da verkamern. Oh nein! Der Auto durch die Gegend fährt Auto hab ich kaputt gemacht Out of nowhere Peter! Out of nowhere Aua! Du musst dich auch bewegen Der Boy ist müde Der da wurde Komm das wird eine Trippelrunde Sepp Ja muss ich Oh man Oh man Geil Geil Weiß ich nicht Ich bin noch eingeschläfert Vielleicht von TLC Alles echt doch nicht so gut Was seid ihr mit euch nicht? Andalu delimert halt auch nicht mit 5 Kills Ich nehm mal hier nicht die Abschlussbelohnung Ja ist wundert's euch nicht warum Sepp sein Name nicht in game hat Warum das nicht funktioniert irgendwas hier an der komisch Ja ist echt so Einer ist da O Bei B Das ist eine Kamera Dann siehst du Wenn einer läuft Also dann hast du Ein eigenes Bild nochmal Kannst die Spots abdecken Oh nein! Einer hinten bei uns Schon durch Bin ja auch mal gestorben Einer oben bei B B ja ja Und dahinter auch noch Einer auch unten bei B Dafür hab ich nicht die richtige Waffe Ich mach das Boys Mach das Boys Ah fuck Ich kann dem Rennen nicht schießen Alter! Da ist er! Direkt da! Da ist er! Alter wie verwirrt Was? Oh mein Gott! Oh geil! Oh da springt er! Wuuuuh! DAAAHAHAHAHAHA Scheiße man! Was für dieser männliche Schrei Was schreit er denn so? Wo ist er denn gesprungen? LOOOOOILT! Haha wieder Fehler getubed Jungen Alter! Wir waren vorhin einmal auf einem Public Server Und dann war Tube verboten Und dann war Tube verboten Ja man! Ja man! Man hat eh nicht geugen Weil ich da einen Jobverganer hatte Ja stimmt Der Jobverganer war auch verboten Das hab ich tatsächlich an diesen Servern immer gehasst Wieviel gibt es noch mal die Punkte? Acht Acht Zwölf konnte ich nicht einstellen leider Acht war das Maximum Zart Das will man machen Oh diese Schatten Die machen mich ja verrückt Äh Die Schatten? Ja von den Leuten Wenn die so durch den Raum laufen Das ist ja Ganz strange an der Wand Die Schatten Das ist mir noch nicht aufgefallen Ich hab dich ja scheiße Ich hab da nicht schritte gemacht Oh nein! Einer ist gegenüber auf der Straße unten Du bist der Letzte Nur von meiner aus Scheiße Lass das! Wie schnell Peter schießt das so geil Ja das ist mega gut Brrrr Peter hat auch irgendwas geraucht damit Ach komm schon! Immer nur den armen Peter Immer nur den armen Peter Immer nur den armen Peter Aber der ist halt bei uns im Team Das Gefühl ich dann okay Ich fand der kein schön Vor allem halt weil es nicht Tube immer noch Peter Er hat noch keinen anderen getubt Außer Per Ey guck mal ich hab aber den Enkel getäuert Die Achillesferse von Peter getroffen Der hat ja auch Ein sehr genauer Schiff Also der hat ja mit jeder anderen Waffe gehabt Der war richtig on point Ja ich zeig euch jetzt mal wie man den Ohne Thumper macht Ja ich spiel jetzt ohne Einen Kill Pass auf Einen Kill Ja Ja Mal gespannt Oh! Da war ne Claymore Da sitzt Jay dann wahrscheinlich Oben bei A ist eine Klasse da Luca War deine Clay oder was? Ja Und dann kommst du um natürlich zu gucken was mit der Beute passiert oder was? Ja das ist richtig Ja das ist richtig Das ist ja der Klasse Feindliches Biolage Flugzeug am Himmel Oh hinter mir Ja ich sag doch ich mach das auch ohne What Jay? Wo? Ja aber nicht mich Kapper Das stimmt Ach das ist der da Eistier hat er sich da schön gemacht auf seinem Symbol Echt? Oh was? Alter wie sieht das denn aus? Mit nem Anker Mit nem Anker Mit nem Anker Na ein Anker Ja man Ja man Und ne Halbmond Ein richtiger Hafenboy Ein richtiger Hafenboy war ich Ein bisschen Hafenboy What the fuck Sonst hab ich ja auch delivered ohne Jetzt kannst du wieder mitspielen Jetzt kann ich auch wieder mitspielen Vierer Abschussserie Junge Wie kannst du, wie kannst du dich vielleicht beschübt haben wenn ich cool sichere Westen Pro hab Jetzt sind Clayboos Ausschlag? Ja Wenn du dich über ein Pumper aufpackst Ja dann ist das immer schon Ausschlag Aua! Hey! Das ist auch ein Clayboos War schon immer wichtig Ok Dalo ist bei B oben Oder bei A oben Eins von den beiden Sachen Ich bin der Letzte A oben Läuft keiner A rüber Der war links gerade bei dir im Bild Der ist da direkt reingelaufen Jaaa Jaaa Nice dann Und Dalo hat's eine Waffe gefunden Mit der Shotgun wieder richtig ab hier Zwei Kills gemacht bisher Nein, nein, nein Ich will schon ein paar Runden Nein, nein, nein Läuft von Dalo an Wie sehr Alles klar Feuerwerk Junge Jetzt glaub ich dir, dass du dann auf der Konzone gespielt hast das Spiel War das der Teil mit der Doppel Shotgun? Nein, nein Läuft kommst du mal Du hast doch immer mit zwei Schuss Ja, aber es reicht also vom Damage her reicht es wirklich für einen Ja, ich weiß, aber das ist halt der Nachteil Fuck Dwei Leute über A Einer oben, einer unten Du Fotze Ja, A jetzt, auf A Spot Alter Die haben mega gerushed die Jungs Ja, Alter, die sind nämlich auch Ich hab mega überlaufen Da war kein Schuss Da war kein Schuss Bei mir, ja Na, ja, ja, klar Na, 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 na Er hat es doch angesetzt Eher hat es doch Einmal hast du doch geschossen Wenn der Ding getroffen hätte, das wäre doch auch okay Ja, das ist Pink-Vorteil Du deine Beine Oh, da kommt was Oh, Vorräte Wenn du das einsetzt, dann darf ich jetzt meiner auch nicht Wer ist denn du? Da ist eine drei Leute Zwei Leute B, einer ist hinten rechts Was waschen die, oder was? B ist gedingst. Einer B linke Seite draußen, der andere steht mit auf der Straße. Nein! Oh nein! Der letzte ist bei B hinten rechts. Jay kommt rüber. Jawoll, Junge Jay, rockt hart! Ich hab noch gesehen, wie der sich gesetzt hat. Das hat sich jetzt dieses Jahr instant hochgegeben. Das ging ja nicht. Boah, das war jetzt echt schnell. Das war jetzt wirklich schwächtiger. Mit einem Schuss hab ich den eingekillt mit der Fall. Was war das denn? Warst du denn schon gedamaged? Wie auch immer, ich gekillt habe. Mich? Du hattest... Da lag einer! Mit doch am Arsch, Alter. Er kam einfach um seinen Kopf rumgeschossen. A ist einer. Aufm Spot. Noch einer ist A aufm Spot. Zwei sind A aufm Spot. Hallo, ich hab's gesehen in meiner Kamera. Jo, fickt euch doch, Alter. Du siehst zwei Leute, aber schießt keinen ab. Ja. Ja. Da ist er! Und? Er hat nur Damage gekriegt. Nein! Nein, wo ist denn hier? Dann halt nicht, ey. Oh, Mann, ey. Geil. Warum geht's denn da nicht weiter? Statt noch mal zu schießen... Ja, da geht's nicht weiter. Was macht's denn? Geil, ey. Statt noch mal zu schießen, rennt sich den Kreis gegen die Wand. Was willst du denn hier, Mr712? Nicht mal positiv. Ja, du auch nicht. Ach so, 11.9 ist nicht positiv? Nee, nee. Du hast die Leute halt alle gesehen und hast gejubelst unernhaft. Ja, ja. Ist doch gut. Unernhaft verloren. Das ist das Schlimmste. Also das Gegner-Team hat halt aus Lappen bestanden. Was will man machen? Das stimmt. Das stimmt. Da machst du nix. Da machst du nix? Das war unser Trip Down Memory Lane Black Ops 1. Ich hoffe, er hatte da wenig Spaß. Wir sehen uns wieder dann mit... Was denn? Black Ops 2? Ja, mal gucken, irgendein CO-D-Teil. Ja, mal gucken, irgendein CO-D-Teil. Also Roadtool CO-D-BW 2. Bis dahin, haut rein. Tschau. Tschau.